Wusstest du, dass der größte Fehler beim Schlafen die fehlende Regelmäßigkeit ist? Gerade am Wochenende kann das lange Ausschlafen deinen Biorhythmus völlig durcheinander bringen. Bleib dran, um zu erfahren, warum das so ist und wie du es vermeiden kannst. Kennst du das auch? Am Sonntag lange ausschlafen und dann abends einfach nicht einschlafen können? Schreib mir in die Kommentare, ob du dieses Problem auch hast. Viele von uns nutzen das Wochenende, um Schlaf nachzuholen. Doch dieses lange Ausschlafen kann unseren Biorhythmus erheblich stören. Durch das späte Aufstehen am Sonntag verkürzt sich die aktive Zeit bis zum Schlafen gehen. Das führt dazu, dass weniger Schlafdruck aufgebaut wird. Und üblicherweise ruhen sich viele Menschen am Sonntag auch noch aus. Obwohl wir zur normalen Zeit ins Bett gehen, ist der Schlafdruck durch den verkürzten und vielleicht wenig aktiven Zeitraum nicht ausreichend. Zusätzlich erschweren uns Sorgen und Stress über die bevorstehende Woche das Einschlafen. Wenn du wissen möchtest, wie du einen regelmäßigen Schlafrhythmus beibehältst, bleib dran. Hier sind meine 5 Top-Tipps, um deinen Schlaf zu verbessern und die größten Schlaffehler zu vermeiden. 1. Gleiche Schlafnusszeiten Versuche auch am Wochenende zu ähnlichen Zeiten ins Bett zu gehen und aufzustehen wie unter der Woche. 2. Schlafdruck aufbauen Sorge für ausreichend körperliche und geistige Aktivität, um abends wirklich, wirklich müde zu sein. 3. Entspannungsrituale Entwickele Rituale, die dir helfen, gedanklich zur Ruhe zu kommen, wie Lesen, Meditation oder sanfte Dehnübungen. 4. Stress reduzieren Reduziere den Stress durch Achtsamkeitsübungen oder gezielte Entspannungsmethoden wie Atemarbeit oder Übungen mit HRV-Messungen. 5. Wenn du am Abend mit Bildschirmen arbeitest, das können Fernseher- als auch Computerbildschirme sein, schütze dich vor dem Blaulicht. Blaulicht zeigt unseren inneren Uhren, dass helllich der Tag ist und die Bildung unseres Schlafhormons Melatonins wird sofort gestoppt. Das ist brandgefährlich für deinen Schlaf. Also solltest du Blaulicht am Abend meiden oder dich davor schützen. Wie machst du das? Mit Apps und vor allem Blublocker-Brillen ist das sehr effektiv möglich. Bitte nutze dieses Hilfsmittel mindestens zwei Stunden vor dem Schlafen gehen. Ein kleiner Bonustipp. Wusstest du, dass du durch regelmäßige Schlafenszeiten deine allgemeine Lebensqualität deutlich steigern kannst? Ein geregelter Schlafrhythmus wirkt sich positiv auf deine Stimmung, Energie und Produktivität aus. Hat dir dieses Video gefallen? Dann gib uns einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal für mehr Tipps rund um Gesundheit, Stress, Langlebigkeit und Lebensglücklichkeit. Schau dir auch unser neuestes Webinar zur Schlafoptimierung an. Den Link findest du in der Beschreibung. Hinterlasse gerne einen Kommentar und erzähle uns von deinen Erfahrungen mit unregelmäßigem Schlaf. Bis zum nächsten Mal. Lass uns ab sofort, nicht nur am Tag des Schlafs, gemeinsam daran arbeiten, unsere Schlafgewohnheiten zu verbessern und so unsere Lebensqualität zu steigern. ... ...